Freunde, wir sind hier wieder unterwegs in Notruf Hamburg, Locos auch mit am Start und wir sind wieder Crime. Mein Auto wurde gerade abgeschleppt, ist wieder nagelneu am Start. Alles hier richtig nice und jetzt sind wir wieder bereit für ein bisschen Crime-Action, Leute. Freunde, Like, Abo nicht vergessen und dann viel Spaß beim Video jetzt. Yo, ich werde angegriffen auf einmal, zwei Kops, Alter, Junge. Ich bin noch gar nicht Crime, ich bin noch gar nicht Crime, komm in mein Auto rein. Ich bin noch nicht Crime, kannst du abhauen. Oh ja, ich bin dritt, ich bin dritt. Let's go, Junge. Boah, hätte das jetzt noch geklappt, dass ich Taze im Grunde habe. Das ist ja auch RIP gewesen. Okay, warte, ich will snipen hier. Ja, ja. Ist hier vorne ein Grund, die da der Räder machen. Oh, er will mein Auto abschleppen. Ich kann nichts machen. Das ist ja richtig dumm. Ja, wenn du eine Sniper in der Hand hast, ne, ja. Ja gut, dann fahr ich kurz oder willst du das Sicherheitshalber? Ja, wobei, ich komm mit. Ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Äh, 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 ah, oh nein, oh nein, oh nein. Lol, Alter. Oh, ja, ja. Oh mein Gott, ich habe Karte offen. Lol, lol, lol. Oh, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, sauberes Ding. Oh mein Gott. Alter. Er hat mir ein bisschen Schaden schicken können, glaube ich noch. Das ist crazy. Also mir könnt ihr gar keinen Schaden machen. Das ist geil, weil ich nicht kriminell bin. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich flüchte jetzt einfach, Leute. Können wir ganz entspannter und nicht die Gegend fahren, Alter. Einfach im Ding ins... Äh, Alter, das ist ein cooles Bild eigentlich, Mann. Äh, warte, ich muss Creature machen. Oh nein. Oh, lol, du bist einfach ausgelegt. Ja, ich habe von mir angewöhnt, dass ich driften kann. Das kann ich aber nicht. Ach, Mann. Oh, Alter. Boah, ey, ich bin gleich down. Aber wir haben sie schon... Ne, da hinten sind sie noch. Okay, Leute. 1000 Screenshots gemacht. Oh, könnte ich jetzt Kekse snacken, Mann. Warum kann ich keinen Keks snacken? Kekse. Okay. Oh, jetzt bin ich auch kriminell. Jetzt brauche ich Waffen. Oh, okay. Das ist immer noch derselbe, Mann. Ja. Aber unsere Freunde sind nicht mehr da. Ja, ja, ist nicht mehr so viel los jetzt. Ach, nee, lass uns dahinter verstecken. Lass uns kurz verschwinden und abhauen. Ja. Also, das soll mal gut Dings. Meinst du? Ja, ja, ja. Sechs Polizisten, du... Sechs Polizisten, du... Äh, ja, okay. Alles klar. Alles klar, Leute. Nein. In die Action hier. Ich habe auch keine Waffen. Ich habe auch keine Waffen. Oh, der Tealer ist auch ganz, ganz weit weg hier. Okay, okay. Warte, ich fahre mal ganz weit außenrum von dem. So. Okay. Mann. Okay, 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 Leute. Ui. Wir rüsten uns gut aus. Oh, Leute. Wie dumm fahre ich denn? Oh, bin Fan, das lese ich jetzt erst. Oh, lese ich jetzt erst. Sorry. Du kamst auf mich zugelaufen. Ich wusste nicht. Ja, außerdem gibt es keine Fans. Also, haupt. Sehe ich immer ein Happy. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, wenn man angegriffen wird, oder... Warte, jetzt muss ich warten, ey. Genau, genau, genau. Also, ähm, hier beim Zug, beim Jure. Ich muss kurz abfragen, ich bin hinter der Schranke. Aber war das schon mal ein Kopf von 13? Ja. Einer ist da auch noch in dem Fall 14 jetzt, aber. Oh. Junge, das wäre noch hin. Aber vielleicht einer von uns Kops geworden, von unseren Jungs. Kann sein. Ja, wirst du? Jo. Was ist denn los? Da ist ein Ausgleich. Lass den Kopf. Der ist schon down. Der Van hier. Sass. Der ist Sass, irgendwie. Bin dir ehrlich. Oh, Alter. Ja, oh, der ist auf jeden Fall mindestens kriminell. Mindestens kriminell. Polizeiauto, komm, Polizeiauto. Ich schraub links aus. Jo. Ey, hier sind zu viele, komm her. Komm raus kurz. Ja, 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 ja. Achso, du bist das. Pass auf hinter dir. Oh, nee. Hinter dir. Oh, nein. Steig ein, steig ein. Nee, den kriegen wir, den kriegen wir. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Pass auf, zwei andere Autos. Direkt hinterm Van. Okay, okay, okay. Sehe, check. Level hier? Ja, ja. Ich snag eben Kekse. Lass aufs Dach. Oh, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Lange nicht mehr auf Dächern. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh, ich habe aber keine Sniper-Modien. Ich habe keine Sniper-Modien. Oh, ja, nee, dann lohnt es sich nicht. Obwohl, man kann auch von da. Ja, egal. Ja, ja. Warte mal. Oh, ja. Gelmeier. Ja. So, okay. Ich wusste, der wäre ein Sass. Getroffen. Sehr gut. Oh, ja, noch ein Auto. Lol. Oh. Der Cup-Rush. Hat der gerade den Notarzt getasert? Okay, ich hole kurz. Kommt, kommt, kommt. Ich hole eben Boni. Beide flüchten. Ja, okay, komm. Okay. Oh, oh. Okay, okay, okay. Wo ist denn die da? Da hinten, da unten, okay. Bye, guess and go. Ja, nee, du kannst hier zwischen. Hier links, links, hier links, hier links. Ja, ja. Zwölf Cops nur noch. Ey. So. Ein Cops? Ein Juwel. Nee. Äh, ein Diamant, meine ich. Ey, der hat ein Schwert rausgeholt. Lol. Äh, hä. Na gut, ne? Also, wenn du auf einmal vor mir ein Schwert rausholst, ob du jetzt lieb warst oder nicht, das kann ich in dem Punkt leider nicht mehr, äh, rausfinden. So, ich bin ready. Oh, jetzt habe ich keine Bombe geholt, aber. Hier ist ein Auto, Polizeiauto. Komm mal, hinter dir. Ja. Bei mir. Oh, er kommt zu mir. Warte, der fährt irgendwie komisch. Ein Elektrisch, stimmt. Er flüchtet. Okay. Scherke ich dich. Okay. Egal. Schöne Bombe. Auf geht's. Wieder Bomben, die Bomben. Alter, wie viele Leute sterben denn gerade? Das ist heftig. Sieben Cops auf einmal nur noch. Sieben Cops nur noch. Locker am Leuten. Ja, lass zur Bank. Direkt zur Bank rein. Let's go. Aber direkt. Oh, Alter, sind keine Ausdauer. Let's go. So. Junge. Einfach. Ganze Server hier. Ei, ei, ei. Oh, Alter, Alter, aus dem Weg hier. So, ah. So, Leute, wir gehen direkt zu Bank 9. Auf jeden Fall. Munition jetzt, ja. Fünf Cops auf einmal. Was ist denn hier los? Siehst du, ich sag doch, das geht. Mach dir gerade gar nicht so viel Geld. Lapt. Noch nie drauf geachtet. Wir wiped. So, irgendwas ist passiert. Oh, Leute. Ich hab jetzt Schaden hinter der Wand gekriegt. Oha, ja, deswegen. Das Ding ist, manchmal kriegt diese Tür hier auch Schaden. Deswegen geht die manchmal auch schon mit einem Schlag auf. Ah, Leute. Voll witzig. Voll witzig. Hab ich letztens bemerkt, weil ich, als die Bombe hochging, dann so einen Sound gehört habe, als ob jemand schon die Tür geschlagen hat. Ey, ey, SDK, SDK. Jo, jo, war safe. Hab ihn auch noch mit zweimal gehittet? Oh, noch einer, noch einer, noch einer. Pass auf. Nein, bitte hoch. Lalalalalalalalalalalala. Oh, der andere ist in einem anderen Raum. Er kommt, er kommt. Er kommt. Schieß ihn ab. Alter. Pass auf, pass auf. Ich muss schnell hoch, ich muss schnell hoch. Ich hab keine Ausdauer mehr. Nein. Oh, oh, Leute. Oh, oh. Alter. drei schüsse richtig reingekackt bleibt hier ist bei mir sascha bitte lassen sie mich frei ist der in sichtweite dass ich wenn ich runter jump in die wegkommen gleich machen ja 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 du bist komplett frei die wir sind gerade im flur bei mir ja 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 schießen ich dachte nicht dass er mich von da aus treffen kann aber die ja hier kommt die verstärkung die kavalerie das ist heftig kommt hier rein aber bei mir muss wohl verstärkung ja ja beide snipen ich stehe aber gleich wieder sdk fällt um boah sascha ist umgefallen alles klar sehr gut ich glaube da kommt aber gleich verstärkung polizei er geht zu dir direkt ja ja nur bandage obwohl die durch nein ich bin auch direkt da nein ich wollte kam die karte zu machen oh der hat guten dings bekommen ja sehr gut der ist sofort oh man schade schade ich muss ja auch einmal waffen und schriften ach nein aber ich müsste er hätte mir keine bluttransfusion gegeben oh nein gib mir du blut blut leute ich glaube er hat es nicht mehr oh das ist noch ein kreis oh komm schon nein der ist auch down lol der ist nach zwei hits immer noch nicht down der ist echt crazy irgendwie also der weiß wie er sich hinstellen muss damit er nicht so was war das für eine lachnummer was war das für eine lachnummer schreibt hier einer ja ja das ist auch echt ja das war ehrlich los das ist ja wirklich ein trauriges ding hier aber er steht auch nur die ganze zeit in der ecke ja 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 und er fafte doch er will irgendwie niemand faften weil mich hat er gespawntrapped also aber ich habe jetzt eine bluttransfusion gekriegt ich komme jetzt langsam zum leben ja ich weiß er aber gar nicht ich habe dann kommt man hoch bist du das leute 4 minuten du bist bei 6 und bist du nicht oben ney dann schaffe ich das nicht ich bin jetzt bei 4 minuten ich bin jetzt bei 4 minuten Ja, ja, er gibt mir Transfusion. Okay, okay, okay. Oh, ich stehe wieder, ich stehe wieder. Drei Cops, drei Cops, aber hier jetzt. Nein, ich konnte mich nicht mal wehren, Digga. Diese Zeit ist wirklich so bodenlos, wenn du mit dem K.O. gegangen bist. Ja, Leute, was machen wir? Er setzt mich hier auch noch hin. Ja. Report ist los, Leute. Ei, ei, ei. Boah, jetzt auf einmal kommt hier die ganze Bullerei an. Der Taser. So. Na ja, da kommt er. 2.30. Hm. 8K. Leute. Ich habe gerade 8K geschrieben und der hat mich dann neben Polizeirevier, das sind zwei Polizisten, give him. Him or you. Aber ihr lasst mich dann frei. Ich habe das sonst auf Video. Alles klar. Gucken wir mal, Leute. Gucken wir mal, ob die uns jetzt veralbern oder ob die wirklich uns gleich freilassen. 8.000. Ich habe mich auch gay gesendet. Ich habe mich getasert. Ich habe gesendet. Mal gucken, ob er jetzt sein Wurz hält oder ob er ein ehrenloser Polizist ist. Ja, guck mal, wie bei dir. Ja, guck mal, wie bei dir. Ey, 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 yo. Ich habe mich freikaufen gehört. Loll, ich glaube, er lässt mich frei. Er meinte, lass gut sein. Was war das? 1 versus 4. Den müssen wir gleich jagen. Also den nehmen wir richtig hoch. Ja, okay. Bringt der mich hin? Ich glaube, der lässt mich bei meinem Auto raus. Auf die Seite. Wenn der dich das wirklich frei lässt, wäre das ja anders ehrenhaft. Ja, oder so. Also was soll der sonst? Sonst hätte er dich eben drauf behalten können. Ja, aber... Bei 20 Cops? Der will mich doch nicht hier bei 5 SEK-Cops rausschmeißen, Alter. Was ist das denn? Das macht ja gar keinen Sinn. Da werden 10 Leute um mein Auto herumstehen. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich sende ihm noch nicht 8 K, damit er mich in die Hände von einem anderen Kopf schmeißt. Ja, also ohne Witz. Er hat schon so mit dem Set da geschrieben. Naja, aber jetzt fährt er mich anscheinend da hin. Projekter, schön. So. Aber das ist cool, das ist cool. Oh, hier kommt aber schon direkt der nächste Kopf an. Ja, dann lass mich jetzt auch frei. Wo bist du? Äh, Autohaus. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Was soll das denn? Ja. Der hat mich getasert, sodass mich direkt ein anderer verhaftet. Digga. Also ehrlich. Ja, jetzt bin ich aber frei. Ich bin jetzt frei wegen 5 Minuten. Aber auch beim Autohaus. Ja, 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 aber ich bin frei. Ich bin schon in meinem Auto. Ich konnte das gerade noch spawnen. Ja, ich hab die einfach mal umgebrettet hier. Ich nerf ihn jetzt einfach erstmal die ganze Zeit so. Und das ist der, den wir eben hatten. So. Tja, hat nicht geklappt, ihr Lappen. Ihr könnt mich nicht verarschen. So. Leute, guck mal, wer da ist. Guck mal, wer da ist. So, kannst du mich abholen. Digga, es sieht ja aus wie ein Taxi oder was, man. Leute, also ich frag mich ja ehrlich, was sich manche Leute denken. Aber ihr habt doch alle selber ein Auto. Ja, ne? Ohne Witz, also. So. Ja, gut, ne? Was ist jetzt der Plan? Ich nerv den jetzt. Wir jagen den. Wo bist du? Er fährt jetzt alleine weg. Den müssen wir auf jeden Fall erledigen. Der alle Hops genommen hat gerade. Wo wirst du denn? Ich verfolge den. Ich bin beim ADAC. Ja, ich war neu. Ich hab aber noch keine Waffen. Ich bin noch nicht Crime. Ich würd eigentlich gerne meinen Bugatti holen, aber egal. Komm, wir mal mit ihm. Der geht sein Auto voll machen. Ja. Ich glaube. Ja, okay, fährt zum ADAC. Ey, wir sind auf dem ADAC-Gelände. Alles klar. Ich hab ihn, glaube ich, fast so gut wie eingesperrt. Ist das ein Cop? Ja, ja. Hier bei mir, der im BMW. Gewin, sehr gut, sehr gut. Es sind aber zwei jetzt. Du bist kein Crime? Oh, dein Auto wird aufgesammelt. Du bist kein Crime? Nee, ich bin kein Crime. Okay. Nee, nee. Boah, Alter. Das kann doch nicht sein. Er schießt mich durch den Baum durch, oder was? Wahrscheinlich. Ja, also wirklich. Oh, alles klar. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Alles klar. So, Leute. Ich bin im Knast gelandet. Das war's dann mit dem Video. Blablabla. Bis zum nächsten Video.